Okay, dann sechstiere ich das und auf jeden Fall, ich sende das noch einmal schriftlich. Ja. Gut, also dann fangen wir ganz neu, ja? Genau, dann mache ich jetzt hier nochmal Wanne, dann lösche ich das nochmal weg. So. Und ja, genau, jetzt den Empfängernamen. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video, da bin ich wieder. Ja, heute habe ich euch, leider wie so oft, wieder eine Tradingabzocke mitgebracht. Ähm, ja, diese Seite ist tatsächlich sogar mal extrem professionell aufgebaut, wenn wir mal die gesamten Rechtschreibfehler auf der Webseite rauslassen. Ja, und einzahlen auf der Webseite war natürlich auch wieder nicht möglich. Man hat mir hier zwei verschiedene Crypto-Wallets zur Verfügung gestellt, wo ich mein Geld quasi in die Pampa werfen darf. Ja, aber weil mir das nicht gereicht hat, habe ich die nette Tante ihre kompletten Bankdaten noch gleich zweimal komplett durchbuchstabieren lassen. Viel Spaß mit dem neuen Anruf. Guten Tag. Hallo, ja, guten Tag, Herr Steiner. Ja. Mein Name ist Nancy Braun. Von Elite Solutions meine ich mich bei Ihnen. Sie sind gerade online bei uns. Ja, genau. Genau, wie weit sind Sie damit gekommen, Herr Steiner? Na, ich bin jetzt hier gerade angemeldet auf der Seite. Richtig. Sie haben Interesse an Oil Profit gezeigt, korrekt? An was habe ich Interesse gezeigt? Oil Profit, richtig. Haben Sie denn Werbung gesehen? Oder mit welchem Handelswerkzeug sind Sie interessiert, Herr Steiner? Na, das weiß ich noch gar nicht so genau, weil hier war ja so eine Webseite mit Werbung und da stand, dass man halt eben viel Geld verdienen kann. Mehr weiß ich aber auch noch nicht. Okay. So, Sie sind jetzt bei uns gelandet. Das war unsere Werbung gewesen, Herr Steiner, deswegen. Das Programm, was Sie sehen, das ist ein vollautomatisiertes System. Sind Sie am Handy oder mit PC? Nö, ich bin hier am Computer. Ah, okay. Sehr schön. Dann sagen Sie mir zuerst, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen. Haben Sie die Sprache auf Deutsch oder auf Englisch? Äh, ich glaube, das ist noch auf Englisch, ja. Okay. Dann schauen Sie bitte an der rechten Seite. Oben steht Settings oder Einstellungen. Wenn Settings, die Sprache ist auf Englisch. Ja, genau. Da steht Settings. Okay. Dann drücken Sie bitte Settings. Dann können Sie die Sprache auf Deutsch umstellen. Ah ja, hier. Jetzt habe ich es auf Deutsch. Alles klar. Gut. Also Sie haben keine Erfahrung, Herr Steiner, ja? Oder haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel? Nee, noch gar nicht. Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht, okay. So, allgemein, was ist Ihr Interesse, Herr Steiner, auf dem Finanzmarkt? Haben Sie eine bestimmte Handelsvermorgenswerte, womit Sie es gerne ausprobieren werden? Nee, ich kenne mich da gar nicht mehr aus. Also sieht ja auch ganz schön kompliziert aus aus der Seite. Nein, es ist nicht kompliziert, weil das ist ein Programm. Also es handelt automatisch. Mit Handelsprozesse brauchen Sie nicht selber drauf gehen, also die Prognose selber machen und so. Das Software, sobald Sie ein verfügbares Balance auf Ihren Accounts haben, der Software handelt automatisch hier Steiner. Ja, also alles, was Sie von Ihrer Seite auskennen brauchen, das haben Sie alles in Einstellungen eigentlich. Ihr Handelsprofil, Ihre Handelsgeschichte, weil das ist die Diagramme und damit kommen Sie wahrscheinlich nicht klar. Das ist selbstverständlich, wenn Sie damit keine Erfahrungen haben. Aber wenn Sie Handelsprozesse angefangen haben, auf Ihre Handelsgeschichte oder Handelshistorie, wenn Sie Einstellungen drucken, dort steht dann Historie oder Geschichte, dort wird das alles in der Liste stehen. Ihre tägliche, wochentliche, monatliche Profite. Da können Sie immer wissen, wie viel Sie profitiert haben. Und wenn Sie die Auszahlungen beantragen werden, das machen Sie auch zuerst von Ihrer Seite. Dafür verwenden Sie auch wieder die Taste Einstellungen. Wenn Sie die Einstellungen drücken, dann haben Sie die Option Rücknahme oder Rückzug. Sehen Sie sowas? Ja, Rücknahme steht hier, ja. Genau, drücken Sie bitte drauf. Genau, dann bekommen Sie drei unterschiedliche Optionen, wie Sie die Auszahlungen beantragen können. Einer ist ja die Option von Bank, also eine Überweisung. Zweite Option, das ist eine Kreditkarte mit einer Visa oder Master. Und eine dritte Option ist noch für die Kryptohandler, natürlich Bitcoin Wallet. Sie können gleich so als mit einer Kreditkarte, so als Banküberweisung auch noch mit einer Bitcoin einzahlen. Die drei Optionen, also die drei Methoden haben wir. Ja, also das Einzige, was wir... In der Bitcoin habe ich ja noch nicht. Kein Problem. Es ist nur als Option natürlich, weil wenn die Kunden mit Bitcoin handeln, die möchten auch die Auszahlungen mit Bitcoin machen, deswegen. Einzige, was wir nicht akzeptieren, das ist der PayPal, weil wir haben keinen Vertrag mit einer PayPal. Deswegen die Einzahlung oder Auszahlung mit PayPal ist nicht möglich. Ja, das ganze Blabla kennen wir ja schon mit dem PayPal und so. Ich meine, ihr wisst ja, warum das so ist mit PayPal. Ich wollte aber nochmal was zu dieser Seite hier sagen. Die Seite ist ja, wie ich schon eingangs erwähnte, sehr, sehr professionell im Gegensatz zu vielen anderen Seiten aufgebaut. Ich vermute mal, und zwar der Foxer88 hat bei mir in den Kommentaren nämlich Folgendes geschrieben. Die rufen dich definitiv nach der Überweisung an. In fast allen Fällen wirst du die sogar gar nicht mehr los. Denn wer einmal Geld gibt, ist ein noch besseres Opfer. Die zeigen dir dann tagelang, wie super alles läuft. Nach einiger Zeit sagen sie dir dann das Ganze und dann läuft irgendwas nicht und blabla und so weiter. Ja, genau so wird es sein. Bei dieser Webseite habe ich tatsächlich sogar die Vermutung, dass es exakt so sein könnte. Es gibt ja Webseiten, wo ich schon euch von erzählt habe, die bestehen quasi nur aus Programmierfehlern. Bei den Seiten glaube ich definitiv, die werden euch nicht nochmal anrufen, wenn sie die 250 Euro bekommen haben. Weil die Webseiten bieten einfach nichts. Also da ist nichts drauf, die funktionieren nicht, die bestehen nur aus Schrott. Bei der Webseite hier allerdings ist es schon ziemlich professionell aufgebaut. Ich sehe hier tatsächlich eine Handelsplattform. Tja, aber sowas kann man natürlich auch simulieren. Das heißt, wenn ich da Geld einzahle, dann kann man da natürlich 250 Euro beispielsweise oben reinschreiben in die Balance, dass da 250 Euro drauf sind. Ja, und dann kann man euch ja Märchen erzählen. Ich meine, es gibt ja auch bei seriösen Plattformen Demokonten. Bei den Demokonten hat man dann meistens so um die 1.000, manchmal sogar einfach 10.000 Euro zur Verfügung. Das ist dann virtuelles Geld. Und ihr könnt damit tatsächlich echte Gewinne machen. Also echte Gewinne im Sinne von Demogeld. Ihr bekommt das Geld natürlich dann danach nicht ausgezahlt. Aber das Programm simuliert dann einfach eben diese ganze Trading-Geschichte und Aktien. Und wenn ihr dort mit dem Demogeld eben Geld einzahlt, dann wird es zwar nicht auf dem Markt registriert, aber das Programm merkt sich das dann. Und je nachdem, wie der Kurs denn dort reagiert, steigt oder fällt dann tatsächlich euer Gewinn. Und ja, also eine absolute Simulation. Und das ist auch technisch sehr, sehr aufwendig, solche Simulationen. Weil letztendlich muss ja alles in Datenbanken geschrieben werden. Und ja, man erstellt sich da eben dann so eine Art Fake-Börse. Die funktioniert dann auch total nur, dass das Geld, mit dem ich da eben spiele, Spielgeld ist. Ein Demokonto eben. Und dadurch, dass diese Betrugsfirma hier so professionell aufgebaut ist, kann es tatsächlich sein, dass nachdem man da Geld eingezahlt hat, dass man euch ja einfach nur Märchen zeigt. Und dass letztendlich die Auszahlung einfach dann nur nicht klappt. Und was der Foxer88 hier meinte, es kann sein, dass ja dann letztendlich die Firma euch nochmal anrufen wird. Und nochmal und nochmal. Und man wird vielleicht sogar tatsächlich dann diesen Anruf vom angeblichen Seniorbroker oder dem professionellen Trader dann da bekommen. Ja, und er erzählt euch einfach nur weitere Märchen und Geschichten. Und ihr glaubt das. Und dann erzählt er euch natürlich auch sowas wie, wir könnten jetzt hier nochmal was überweisen. Und dann sind die Gewinne noch viel, viel größer. Ja, und dann macht man das vielleicht auch noch. Und dann schmeißt man sein ganzes Geld da rein. Ja, und wenn man das nicht will, dann erzählt man halt irgendwelche Geschichten, warum man das Geld gerade nicht auszahlen kann. Und dass man vielleicht nochmal was aufladen muss. Und ja, da wird man euch einfach wieder Geschichten erzählen. Und so kann es natürlich dann auch laufen. Also es wird nicht immer so sein, dass man euch nach der Einzahlung nicht mehr anruft, wie ich das in einem anderen Video schon erklärt hatte. Es wird auch in manchen Fällen so sein, dass man euch gerade dann nochmal anruft, weil bei euch ist Kohle zu holen. Ja, und die versucht man dann natürlich komplett abzugrasen. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dieser, ja in Klammern Seniorbroker, dann auch nochmal ganz geschickt und anders an die Geschichte rangehen. Vielleicht haben die sogar noch ein bisschen mehr Ahnung von der Börse. Aber ich bin ehrlich gesagt zu geizig, um jetzt hier wirklich 250 Euro ins Nichts zu werfen. Weiß ich nicht, wie man das mal testen könnte. Wäre vielleicht auch mal eine interessante Geschichte. Tja, aber Geld einfach so nichts zu versenken. Ich meine, wie ihr alle, habe ich natürlich auch nichts zu verschenken. Und wir wissen alle, dass das hier Betrugsseiten sind. Ja, und da hat man natürlich Skrupel, wenn man das schon weiß, denn auch noch wissentlich, da Geld einzuzahlen. Mal sehen, vielleicht gibt es ja da irgendwie nochmal Informationen dazu. Aber da geht nur Paypal nicht. Alles andere geht. Richtig. Also mit Paypal haben wir keinen Vertrag. Deswegen können wir es nicht als Zahlungsmethod verwenden. Dieser Massa, ganz normale Banken und Bitcoin-Wallet. Ja, dann würde ich eine Amex-Karte nehmen. Eine Amex-Karte werden Sie nehmen. Okay, gut. Dann mache ich jetzt folgendes. Herr Steiner, möchte ich zuerst Ihre E-Mail-Adresse abrufen. Das ist gehreuth.steiner.mdzcfun.de. Das ist richtig, ja? Genau, richtig. Okay, Augenblick bitte. Sie werden jetzt von mir eine E-Mail erhalten. Ja. Augenblick bitte. Deswegen kommen Sie von Nancy Braun. Tja, Nancy Braun ist auch immer so eine Sache. Ich meine, es soll ja nicht rassistisch oder so klingen, aber wenn man von jemandem angerufen wird, der offensichtlich, definitiv nicht aus Deutschland stammt und gerade mal so die deutsche Sprache beherrscht, weiß ich nicht, ob man denn einen absolut deutschen Namen verwendet mit Nancy Braun. Also Braun ist 100% deutsch. Nancy weiß ich nicht, aber den Namen kennt man ja aus Deutschland. Das ist immer so eine Sache, ne? Und ich meine, wenn man sie dann fragt, dann kommt ja da auch immer nur Blödsinn bei raus. Und ich meine, es kann ja auch alles mal sein, dass man deutsche Wurzeln hat, aber dass alle Betrüger-Callcenter mit, fast alle Betrüger-Callcenter mit deutschen Vor- und Nachnamen anrufen. Naja, ich meine, das ist auch wieder nur, wenn man das auf Masse dann hört, dann klingt es halt falsch. Naja, aber wenn man nur einmal mit diesen Leuten zu tun hat, das reicht ja schon für einen Betrug und da denkt man vielleicht noch gar nicht so über den Namen nach. Als Betrieb schreibe ich einfach Telefonat, ellisolutions.co. Das dauert einen kleinen Moment. Und zwar... Okay. So, Augenblick, bin gleich fertig. So, eins und so. Zugriff haben Sie zu Ihrer E-Mail-Adresse auch im PCA, im Computer? Okay. Kleinen Moment. So, bin ich jetzt fertig. So, versende ich das jetzt hier, Steiner. Also, die E-Mail schicken Sie jetzt ab. Ja, ja, jetzt mache ich das sofort. Okay. Gut. Die E-Mail habe ich jetzt vorbereitet und schicke ich das raus. Und wie funktioniert das dann nachher mit dem Geldverdienen? Was muss ich da machen? Was muss ich da machen? Nein, schauen Sie, wenn Sie mir sagen, Sie möchten selbstständig handeln, das ist was anderes. Sie haben Interesse an das Software gezeigt, also ein automatisches Handelsystem. Das ist schon anders, weil die Kunden haben natürlich, sie treffen die Entscheidung selber, möchten Sie selbstständig handeln, also alleine oder möchten Sie mit Software handeln. Wenn Sie jetzt keine Erfahrung haben, natürlich brauchen Sie es nicht selbstständig handeln. Ja, ja, sonst machen Sie das mit Software. Okay, also geht das dann da alles vollautomatisch oder ich muss da überhaupt nicht selber machen? Genau, das läuft alles vollautomatisch, ja. Also selbstständig handeln eigentlich die Kunden, die mit Aktien was machen möchten, ja, weil es ist ein bisschen anders mit Aktien. Man braucht aber dazu noch viel Zeit, nicht nur Erfahrungen. Aber mit Software natürlich, das ist ja viel flexibler. Und mit was handelt das Programm denn? Mit alles Mögliche. Mit alles Mögliche. Es kam drauf, wenn Sie ein bestimmtes Interesse haben, dann mit diesen Produkten, womit Sie es machen möchten. Ansonsten natürlich, Sie bekommen noch Vorschläge von unserer Seite, mit welchen Produkten Sie das Software starten, Herr Steiner. Weil Hauptsache Sie starten mit solchen Produkten, die aktuell sind auf dem Markt, meistens stabil und steigend. Ja, weil ein einziger Kosten, was jetzt von unserer Seite besteht, das sind die Auszahlungsgebühren. Deswegen natürlich ist auch unser Interesse, womit Sie handeln möchten. Ja, weil natürlich nur in diesem Fall, Sie profitieren, profitieren wir auch, ja. Nach jeder Auszahlung, die Sie beantragen, bekommen wir 3,5%. Ja, das ist auch immer wieder das Gleiche mit den Callcentern. Wenn man denen eine Frage stellt, dann kommt unfassbar viel Blabla ohne Punkt und Komma. Ja, aber Sinn und Inhalt hat das alles nicht, was die sagen. Ja, warten Sie. Dann melde ich mich mal in meinem E-Mail-Postfach an. Mhm. So, dann einmal die E-Mail-Adresse und das Passwort ist noch gespeichert. So, jetzt lädt er mir hier die E-Mail erstmal runter. Okay. Ah ja, genau. Da habe ich jetzt eine E-Mail bekommen, ja. Von Nancy. Ja, genau. Okay. Okay. Erstmal, öffnen Sie bitte, da ist noch die kleine Anweisung, wie Sie noch das eigene Passwort erstellen können. Aber schauen Sie bitte etwa nach unten, steht ein Link www.app.coindex.com. Sehen Sie diesen Link? Was die Quatschtante hier nicht sagt, das ist ein Link wieder zu einem Crypto Wallet. Mit dem Unterschied, dass dieses Crypto Wallet ja gar keine Information liefert. Ich meine, es gibt ja auch noch MoonPay, darüber habe ich ja auch bereits berichtet. MoonPay ist eine offizielle Geldtauschbörse von Euro oder US-Dollar oder jeder anderen Währung in viele möglichen Kryptowährungen, wie unter anderem zum Beispiel Bitcoin oder Helium, Ethereum, was es da so eben gibt. Das Coindeck, was sie hier sagt, hat gar keine Information. Weiß ich nicht, ob das eine offizielle Seite ist. Ich kenne die nicht. Aber sie sagt auf jeden Fall nicht, dass ich hier auf ein Crypto Wallet Geld einzahle. Und wenn ich Geld auf ein Crypto Wallet einzahle, dann zahle ich das auf ihr Crypto Wallet ein und nicht auf meins. Bedeutet, tja, ich habe mein Geld weggeschmissen. Es kann natürlich sein, wie vorhin schon erwähnt, dass man dann so tut, als hätte ich hier Geld eingezahlt und man richtet mir einfach nur mit dem Betrag, den ich überwiesen habe, dann ein Demokonto ein und lässt mich erstmal in dem glauben. Alles ist möglich. Das wissen wir ja so nicht. Aber, naja, auf jeden Fall, wenn man Geld auf einen Crypto Wallet übersendet und erst recht auf ein Fremdes, dann wisst ihr nicht, ob man da an das Geld nochmal rankommt, ob die euch das wiedergeben. Und dadurch, dass das hier eh alles schon so unseriös ist, ich denke, die Frage können wir uns selbst beantworten. Das Geld ist weg. Was danach passiert, entweder es meldet sich nie wieder einer, oder man tut halt eben einfach so, als würde man mit meinem Geld handeln und denkt sich dann halt einfach Gründe aus, warum man das gerade nicht auszahlen kann. Ich meine, die sagen ja auch immer wieder mal, dass man erstmal 14 Tage Probezeit hat. Vielleicht halten sie einen in der Zeit dann mit irgendeinem Fake-Broker hin. Ist der in der E-Mail drin? Richtig. Muss ich mal gucken. Also erstmal ist die Begrüßung, herzlich willkommen bei der Elite Solutions Funktion. Nicht dieser Link, sondern ganz unten steht noch ein langer Link. Ja, genau, da ist so ein Link, ja. Mit so einer komischen Nummer hinten dran. Genau. Erstmal brauchen Sie diese Nummer, diese Adresse vollständig kopieren und erst danach bitte diesen Link eröffnen. Welche Nummer? Also schauen Sie, das fängt mit 1, großes E, großes H, kleines Z, O, 6, großes R, Vogelfrau. Sehen Sie es? Ja, genau da. Richtig. Bitte, genau, diese Adresse brauchen Sie vollständig kopieren, also einfach markieren und machen Sie davon Kopie. Ja, was ist das für eine Nummer? Das ist, also schauen Sie, Sie möchten mit Amex einsteigen, ja. Also das bedeutet, in diesem Fall, Sie das mit einem Mastercard machen möchten, Sie können die Transaktion direkt tätigen. Sie haben ja unterschiedliche Zahlungsanbieter, deswegen die Zahlungsmethode sind auch unterschiedlich hier, Steiner. Achso, okay. Und, äh, ja, aber was macht, was macht die lange Nummer da jetzt genau? Was muss ich mit der machen? Das ist jetzt Ihre Adresse. Kopieren Sie bitte das und öffnen Sie es dann. Auf diesem Link werden Sie es sehen. Ja. So habe ich jetzt aufgemacht, ja. Was muss ich da jetzt machen auf der Seite? Jetzt, Augenblick bitte, okay. Erstmal ist die Webseite geöffnet, ja. Und sagen Sie mir bitte, sehen Sie die 250 Euro Betrag, richtig? Ja, genau. Richtig. Da unten steht Ihr E-Mail. Dort brauchen Sie Ihre E-Mail-Adresse ohne Fälle eingeben, bitte. Achso, da, genau. Dann schreibe ich da nochmal meine E-Mail-Adresse rein. Das können Sie ja gleich mal machen. So, ja, habe ich jetzt drin, ja. Okay. Dann unten steht noch Ihr BitWallet-Adresse. Dort brauchen Sie bitte, was Sie kopiert haben, vollständig einfügen. Ja. Und dann steht da noch irgendwas auf Englisch drunter. Was heißt denn das? Okay, kein Problem. Wenn wir an den nächsten Schritt gehen, können Sie die Sprache ändern. Dann unten bestätigen Sie bitte, dass Sie kein Roboter sind. Kleiner Spoiler. Auf der nächsten Seite kann ich nicht die Sprache ändern. Bis ich da hinkomme, dauert es allerdings hier auch wieder noch ein kleines bisschen, da ich hier über den Tor-Browser im Internet bin. Das heißt, über verschiedene IP-Adressen, nur nicht meine. Und ich wähle mich hier aus einem fremden Land ein. Ja, was wiederum bedeutet, Google mag das nicht so besonders und macht die Roboter-Abfragen besonders fies. Das heißt, da seid ihr nicht durch mit einmal verifizieren. Da müsst ihr euch schon so zehnmal verifizieren. Also in der Tat. Also ihr kennt das ja mit diesem Nein, ich bin kein Roboter anklicken. mit dieser Google-Abfrage. Und dann kommen, wenn es blöd läuft, so ein paar Bilder. Ja, und wenn man bei Google quasi mit so einem Tor-Browser auffällt, dann kommt da nicht nur einmal was, sondern man muss da locker zehnmal hintereinander bestanden haben, diesen Bildertest. Naja, und das ist natürlich ein bisschen nervig in dem Fall. Tja, aber auf jeden Fall hat es auch weitere Zeit der netten Tante verplempert. Was heißt denn das hier mit meiner BTC-Wallet-Adresse? Richtig. Jetzt, wenn Sie es bestätigt haben, dass Sie kein Roboter sind, Sie bekommen die Verifikationscode, eine vierstellige Code per E-Mail. Ja, und was heißt das jetzt mit dieser BTC-Wallet-Adresse? Also, Herr Steiner, das ist ein Method, was uns eine Amex und Visa bietet. Wenn Sie die Handelskonto mit einer Visa oder mit einer Amex aktivieren möchten. Wenn Sie das mit einer Mastercard aktivieren möchten, die Transaktion können Sie direkt von unserer Plattform tätigen, weil die Zahlungsanbieter ist dabei. Ja, aber wenn Sie das mit einer Amex machen oder wenn Sie das mit einer Visa-Karte machen, weil schon die Visa schon seit ein paar Monaten und die Amex schon mit Bitcoin, mit Ethereum, mit Binance-Coin arbeitet, da sind wir auch verpflichtet, ja, mit dem Extravertrag von Visa und Amex, als Zahlungsmethod Ihnen diesen Umtausch zu bieten, ja, und Sie werden das Konto mit 250 Euro aktivieren, ja. Die den ganzen Scheiß mitbekommen, den die gerade erzählt hat? Visa und Master sind dazu verpflichtet, Kryptowährungen zu benutzen? Was ist denn das für ein Blödsinn? Also, das gibt's wirklich gar nicht. Außerdem hat sie mir erzählt, dadurch, dass ich Visa und Master oder sowas oder eine ebene Kreditkarte benutzen will, muss ich über eine externe Webseite gehen und das in Kryptowährungen tauschen? Also, so einen Stuss habe ich wirklich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Das ist absoluter Blödsinn. Das Einzige, was hier passiert, sie lenkt mich auf eine externe, andere Webseite um. Das heißt, ich bin nicht mehr auf der Webseite, auf der ich gerade theoretisch handeln würde, sondern bin in einem Kryptowallet, also auf einer komplett externen Webseite. Ich frage sie sogar, warum soll ich denn da so eine komische Adresse eintragen bei BTC Wallet? Ja, das ist Bitcoin Wallet. Und da passiert nichts anderes, als dass ich mein Geld von meiner Visa-Karte oder meiner Amex-Karte oder was auch immer, dass ich mein Geld dort auf deren Konto in Kryptowährungen tausche. Ich tausche das nicht auf mein Konto. Ich tausche das auf deren Konto. Und, tja, das erklärt sie mir nicht. Sie erklärt mir nur irgendeinen anderen Stuss, dass das jetzt so Pflicht wäre, dass man das so machen muss. Also, ich bezahle regelmäßig auf Amazon mit meiner Kreditkarte, ohne Werbung für Amazon zu machen. Aber Amazon hat noch nie danach gefragt, ob ich das in Bitcoin bezahlen will. Ich meine, könnten sie ja theoretisch tun, wenn sie wollen. Aber das macht gar keinen Sinn. Also, das macht alles überhaupt keinen Sinn, was die Tante da erzählt. Also, Ihre Karte wird mit 250 Euro belastet. Nur die Transaktionsmethod ist anders. Anstatt Sie das jetzt direkt vom Plattform mit einem Master machen. Das ist die gleiche Prozedur. Mit einem Master machen Sie das direkt von der Plattform. Mit einer Visa und mit einer Amex brauchen Sie das so machen. Ach so, ja. Aber ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, wozu die lange Nummer ist. Mit langer Nummer meine ich hier wieder die Bitcoin-Wallet-Adresse. Das ist quasi die eindeutige Identifikationsnummer für dieses Bitcoin-Wallet. Allerdings, ja, eindeutig auch nur im Sinne, dass das Geld diesem Konto zugeordnet wird. Wem dieses Konto gehört, das ist nirgendwo registriert. Das ist auch der große Plan von der Kryptowährung, dass man eben die Kryptowährung wie Bargeld sieht. Das heißt, wenn ich jedem von euch 5 Euro in die Hand drücke, dann weiß ja niemand, dass die 5 Euro von mir waren. Aber eigentlich ist es für euch ein Einkommen, was bei der Einkommenssteuererklärung hinterlegt hätte werden müssen. Ja, und naja, und so ein Bitcoin-Wallet ist halt wie Bargeld. Man weiß nicht, von wem welches Geld kam und wer wie viel Geld hat. Ist zum Teil ein Vorteil, kann man aber eben auch für solche illegalen Geschäfte nutzen. Tja, und das sind halt wieder die Schattenseiten von der neuen Technologie. Ohne das Ganze dabei zu verteufeln. Ich meine, Bitcoin kann was Gutes sein. Aber was man daraus macht, das ist immer dann natürlich eben selbst wieder überlassen. Das ist eine Adresse für die Verifikation Ihrer Handelskonto. Weil wenn Sie jetzt bestätigen, dass Sie kein Roboter sind und dann den nächsten Schritt leiten, ja, dann bekommen Sie diese Verifikationscode per E-Mail. Eine vierstellige Code. Ja, das ist gleich wieder der nächste Bullshit. Sie versucht mir jetzt, ja, mit der Ausrede zu kommen, die Nummer, die sie mir geschickt hat, ist eine Art Verifikationsnummer. Ich habe euch ja erklärt, das ist keine Verifikationsnummer. Das ist quasi ein Geldbeutel, denn Portemonnaie. Das ist eure Brieftasche. Und sie verkauft mir das ganze Ding hier, weil ich ja auf dumm tue, einfach als Verifikationsnummer. Ist schon stark, was die sich hier leistet. Von Coindenk. Ich bin hier immer noch mit diesen Verifikation-Link-Bumpen noch beschäftigt, weil irgendwie kommt hier immer wieder was Neues. Kann man das hier nicht irgendwie auf Deutsch stellen? Ich kann das nicht lesen, was hier immer steht. Doch, schauen Sie. Gut, erstmal brauchen Sie mir sagen, wo sind Sie jetzt gerade? Weil wenn Sie diese Verifikationscode nicht eingeben, denn Sie werden nicht weitergelassen. Na, ich bin hier auf der Seite mit, äh, da wo ich das mit dem Roboter bestätigen muss. Genau, bestätigen Sie das bitte mit Roboter und erst danach kommt diese Verifikationscode. Ja, ich habe da schon so viel gemacht, aber das steht ja alles auf Englisch. Ich kann da nicht lesen, was ich da bestätigen soll. Ja, das ist auf jeden Fall auch die Härte. Also, sie will unbedingt, dass ich da mein Geld einzahle. Und das egal, ob ich die Seite verstehe oder nicht. Und das kann es ja wohl wirklich nicht sein. Also, wenn ich irgendwo mein Geld einzahlen soll, dann möchte ich ja wohl auch irgendwie lesen können und auch verstehen, was da passiert. Aber das interessiert die überhaupt gar nicht. Man soll ja hier so Bilder anklicken, aber das ist halt alles auf Englisch. Okay, Sie können diese Bilder, also Bilder ändern, also etwas neu aufrufen. Wie neu aufrufen? Also ein neues Bild aufrufen. Und lesen Sie mir vor, was dort steht, dann helfe ich Sie gerne. Hier steht, äh, Select all images, äh, Wild A4 Hydrant. Okay, können Sie ein anderes Bild aufrufen? Wie mache ich das? Also steht vielleicht, dass Sie zum Beispiel Next drücken können, damit Sie ein anderes Bild bekommen, weil man kann es immer überschritten, also immer eine neue Bild aufrufen, wenn man das nicht versteht. Achso, ich glaube, jetzt macht er hier irgendwas. Jetzt dreht sich hier so ein Kreisel. So, und jetzt habe ich hier irgendwie, äh, Obblat antwerifiuarkant. Also die Bilder haben Sie angeklickt schon? Nee, welche Bilder? Also, da, also haben Sie bestätigt, dass Sie kein Roboter sind, meine ich. Ja, und dann haben Sie ja gesagt, können wir das auf Deutsch machen. Wo kann ich denn das hier auf Deutsch stellen? Okay, aber jetzt verpassen Sie bitte erst mal diese Code nicht. Also, wo Sie, äh, per E-Mail eine vierstellige Code versendet? Äh, weiß ich nicht, muss ich mal nachgucken. Genau, weil wenn Sie bestätigen, dass Sie kein Roboter sind, dann muss unbedingt dieser Verifikationscode kommen. Ah ja, jetzt habe ich hier so eine Nachricht. Guten Tag, Herr Steiner. Äh, mein Name ist Stefanie Iva... Nein, 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 die E-Mail muss... Nein, Herr Steiner, nein. Die E-Mail muss, wenn Sie es verifiziert haben und bestätigt haben, dass Sie kein Roboter sind, dann kommt die E-Mail von Coindex. Aktualisieren Sie bitte. Wenn Sie sicher sind, dass Sie es richtig angeklickt haben, also die Bilder, dann sehen Sie doch eine Taste, wo es eine Code gefragt wird, einzugeben. Nö. Also, dann sind Sie nicht auf dieser richtigen Seite. Na, ich bin da, wo Sie gesagt haben, wo ich hin soll. Okay, wie Sie sehen, wenn Sie diese Bilder ausgewählt haben, also haben Sie dann Continue gedrückt? Ja, und dann steht ja, äh, Uplat Ant Verifi Uakans. Richtig. Also, und dort steht doch eine Taste, wo Sie die Code schreiben brauchen. Nö, hier steht was, hier gibt es so zwei Bilder, einmal mit ID und dann hält für einer irgendwas in der Hand. Besitzen Sie kein Mastercard, Herr Steiner? Äh, ja, sowas habe ich auch. Okay, dann machen Sie doch die direkte Transaktion von der Mastercard. Ja. Von die Plattform. Dann kann ich das jetzt hier wieder zumachen. Also können Sie das so lassen, also spielt keine Rolle. Dann kommen Sie wieder zurück auf der Plattform. Also auf die schwarze Seite. Genau, wo Sie die Diagramme sehen. Und an der rechten Seite oben steht Taste Deposit oder Einzahlung. Ah ja, hier so eine grüne Taste mit Einzahlen, ja. Richtig. Drücken Sie drauf und dann bekommen Sie die Lehrerfelder. Dort brauchen Sie bei eingezahltem Betrag 250 ohne Punkt, ohne Komma schreiben. Kein weiteres Initial. Äh, wo jetzt? Weil hier steht jetzt, wählen Sie eine Methode für die Einzahlungen. Also, Herr Steiner, das steht an der linken Seite, ja? Ja. Okay, und sehen Sie Visa und Masteroption, ja? Diesen Kreis bitte anklicken. Ja, das ist schon angeklickt, ja. Alles klar. Dann an der rechten Seite sehen Sie doch die Lehrerfelder. Wo ist Ihre Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum? Ja. Gut. Da ganz oben steht eine Taste noch separat und drauf steht eingezahlter Betrag. Hier steht eingezahlten Betrag mit S, ja. Richtig. Korrekt. Naja, schön, dass Sie mir auch noch den Rechtschreibfehler gleich mit bestätigt. Also, da steht wirklich Betrags mit S am Ende. Sehr intelligent gemacht, die Webseite. Das ist aber nicht der einzigste Rechtschreibfehler, den ich da noch gefunden habe. Dort brauchen Sie bitte 250-Seite. Ohne Punkt, ohne Komma. Was will ich da schreiben? Betrag, bitte. 250. Moment. Betrag. 250. Ja, habe ich gemacht. Jawohl, dann unten steht Ihre Vorname, Nachname, Geburtsdatum brauchen Sie noch auswählen. Umgekehrt erst mal das Jahr, Monat und das Datum. Also soll ich jetzt hier mein Geburtsdatum machen? Genau. Ja, Geburtsdatum habe ich drin. Und denn? Okay. Dann kommt einfach weiter folgen, bitte. Adresse, Postweitzahl, Land, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Achso, ja. So, habe ich denn das jetzt? So, dann die Adresse. Mhm. Straße, Hausnummer, dann Stadt, Postweitzahl, also alles separat eingeben. Ja, habe ich alles drin jetzt? Ja, hier. Okay. Wenn das alles korrekt ausgeführt ist, dann unten befindet sich die Taste Einzahlung oder Deposit mit die Summe 250 und drücken Sie bitte drauf, dann werden Sie weitergeleitet dann zum nächsten Schritt. Wenn ich da drauf drücke, dann kommt eine Fehlermeldung. Okay, das heißt, dann haben Sie etwas nicht richtig eingegeben? Nein, ich habe es so, wie wir sie gemacht haben, bei eingezahlten Betrags, da sollte ich ja Betrag 250 eintragen, das habe ich gemacht. Okay. Und dann unten sind alle leeren Felder ausgefüllt? Ja, da ist überall eine grüne Bommel drin. Okay, steht nirgendwo eine Rotermeldung? Nee, da steht bloß Betrag, ist erforderlich, aber das habe ich ja ausgefüllt. Okay, dann drücken Sie wieder unten bitte die Depositbrunnetasse. Kann man nicht, da kommt so ein rotes Zeichen. Wo steht dieses rotes Zeichen? Wenn man mit der Maus über Einzahlung geht, dann kommt da so ein rotes Kreis. Okay, schreiben Sie vielleicht 251. Wo jetzt? Bei eingezahlter Betrag, wenn die Summe im Rot steht, das muss nicht stehen, aber versuchen Sie das so. Einstatt 250 schreiben Sie 251. Ah ja, jetzt habe ich ja Error 502, Web-Server is running and uncown Error. Okay, wissen Sie was, Herr Steiner, öffnen Sie bitte meine E-Mail. Ja. Und drücken Sie auf den Link von hddps-solutions.co drauf. Hm. Und sagen Sie mir Bescheid, wenn die Webseite geöffnet ist. Ja, ich auch. Okay, jetzt an der rechten Seite oben sehen Sie Login-Taste. Nö. Oder Anmeldung. Ich bin ja angemeldet. Nein, Sie haben kein eigenes Passwort für die E-K-Seite. Herr Steiner, verlassen Sie bitte diese Webseite, wo Sie jetzt eingeloggt sind und öffnen Sie komplett neu meine E-Mail. Okay? Na, habe ich doch flatt gemacht und dann bin ich eingeloggt schon automatisch. Ja, aber schließen Sie dieses Fenster komplett zu. Welches jetzt? Okay, also, diese Webseite, was Sie jetzt geöffnet haben, Herr Steiner, von der Plattform, einfach bitte mit X wegmachen, wegklicken. Ja, dann mache ich die nochmal zu und dann. Aha. Und jetzt öffnen Sie meine E-Mail. Ja. Oder machen wir folgendes. Schauen Sie, haben Sie es weggeklickt schon? Weggekreuzt? Ja, ist schon weg. Okay, okay. Jetzt öffnen Sie meine E-Mail und drücken Sie auf den Link hdps ellisolutions.co. Ja, und dann bin ich eingeloggt hier. Okay. Jetzt, 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 jetzt steht ja, ich bin nicht eingeloggt. Gut, gut. Jetzt an der rechten Seite oben drücken Sie bitte Taste Login oder Anmeldung. Äh, hier steht nur Login. Jawohl, drücken Sie drauf. Mhm. Und denn? Und bekommen Sie zwei Ihre Tasten. Einmal benötigen Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Mhm. Geben Sie das korrekt ein, bitte. Ja. Und Sie haben noch kein eigenes Passwort, richtig? Kann sein, ja. Okay. Jetzt erstelle ich einmaliges Passwort und damit können Sie eigenes erstellen. Verwenden Sie bitte die Zahl 1 bis 8 als einmaliges Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Und drücken Sie wieder unten Login wieder und Sie bekommen Meldung Enter New Passwort. Ah ja, genau. Jetzt schreiben Sie bitte insgesamt 8-stelliges Passwort, was Sie haben möchten. Ah ja. Muss von Buchstaben und die Zahlen bestehen. Mischen können Sie gerne, aber kein Sonderzeichen dazwischen verwendet oder Initiale. Ach so. Wieso keine Sonderzeichen? Weil nicht jeder Browser kann diese Initiale lesen und dann bekommen die Kunden Schwierigkeit. Ja, mein Browser kann Lust, dann kann ich ja Sonderzeichen eingeben. Nein, das können Sie nicht machen. Das werden Sie nicht weiter gelassen. Ja, auch wieder so eine schöne Fehlinformation, dass nicht jeder Browser angeblich Sonderzeichen könnte. Natürlich kann das jeder Browser. Es liegt einfach nur an der Webseite und dem Hintergrundsystem, ob da eben Sonderzeichen zugelassen werden oder nicht. Das ist einfach nur eine Datenbankfrage. Tja, aber wenn man billige Datenbanken verwendet, dann kann es schon mal sein, dass das technisch nicht machbar ist. Das liegt dann aber nicht am Browser und auch nicht am Kunden, sondern einfach nur an der Inkompetenz der Programmierer. Ja, oder weil sie keinen Bock dazu haben. Letztendlich, ja, ist es kein riesen Affentheater, dass man da auch Sonderzeichen eingeben können sollte. Also Fakt ist auf jeden Fall, man sollte Passwörter mit Sonderzeichen erstellen, wenn man es sicher haben möchte. Und auch möglichst lange Passwörter. Und nicht bloß ein paar Zeichen. Warum das nicht? Das ist doch viel sicherer. Weil, Herr Steiner, also achtstelliges Passwort muss von Buchstaben und die Zahlen bestehen. Na, eigentlich soll man ja immer Sonderzeichen mit in sein Passwort reinmachen. Also das muss insgesamt achtstellig sein, Herr Steiner, erste Buchstabe groß, den Rest machen Sie klein und brauchen Sie noch die Zahlen dabei haben. So, jetzt bin ich wieder drin in dem Ding hier, ja. Okay. Jetzt schauen Sie bitte die Sprache können Sie wieder auf Deutsch. Setting. Ist auf Deutsch, ja. Okay, jetzt drücken Sie wieder die Einzahlungen. Ja. Jetzt schreiben Sie bitte 250 ohne Punkt, ohne Komma ein. Also was soll ich da reinschreiben? Also bei der eingeteilte Betrag, Sie schreiben 250 ohne Punkt, ohne Komma. Ja, habe ich. An der linken Seite Visa und Mastercard, bitte diesen Kreis anklicken. Ja. Und dann brauchen Sie das noch einmal ausfüllen. Achso, jetzt muss ich ja nochmal alles. Oder, oder vielleicht dort steht letzte Einzahlungen und von den Listezeichen können Sie vielleicht Datum von jetzt ausfüllen und schauen Sie, ob das automatisch ausgefüllt wird. Ne, sowas steht hier nicht. Letzte Einzahlung entsteht das nicht? Ne, sowas sehe ich hier nicht. Also, eigentlich muss es stehen. Ich habe ja noch nichts eingezahlt. Nein, eingezahlt haben Sie nicht, aber das merkt Sie als Datum. Ja, aber hier ist noch nichts drin von vorher. Kein Problem, kein Problem. Tja, also die Betrüger, die man hier immer am Telefon hat, die wirken ja nicht besonders intelligent. Glavify hat mir hier in den Kommentaren allerdings was Interessantes geschrieben. Hier gibt es nochmal eine andere These dazu. Und zwar kann das tatsächlich durchaus sein, und die Meinung vertrete ich auch, das kann tatsächlich so sein, dass in diesen Erstkontakten ganz bewusst solche super intelligenten Intelligenzbestien eingesetzt werden. Denn wenn ihr da euer Geld überwiesen habt, dann seht ihr leichte Beute. Der nächste Mitarbeiter, der dann vielleicht nochmal anruft, um nochmal Geld zu bekommen, der ist dann schon wieder intelligenter und gibt sich als Broker aus und hat sicherlich vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung. Und der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Mitarbeiter, also ist alles nur eine Theorie, der wird so gigantisch sein, dass man dem zweiten Mitarbeiter vertraut und sicherlich auch nochmal Geld da reinzahlt im Nachgang. Ganz interessant, also klingt auf jeden Fall, ja, nach einer Masche. Also es könnte tatsächlich der Grund sein, warum man hier mit solchen Leuten zu tun hat. Der nächste ist dann halt etwas intelligenter und man vertraut dem dadurch, weil der viel seriöser wirken könnte. Das ist alles nur eine Theorie, weil wir hatten noch keinen dran. Mal sehen. Dort befindet sich noch dieser Listezeichen und wenn Sie da draufklicken, kommt raus Datum von heute. Was für ein Zeichen? Liste, Liste. Ich kann mit dem Wort nichts anfangen. Okay, dann lassen Sie das und einfach füllen Sie das aus, bitte. So, dann die Adresse nochmal und dann die Stadt muss ich hier nochmal reinmachen. Mhm. Und die Postleitzahl. So, nun, jetzt sind hier wieder überall grüne Bomben dran. Genau. Und denn? Okay, wenn Sie das alles ausgefüllt haben und den Betrag ohne Punkt, ohne Komma geschrieben haben, dann drücken Sie wieder unten bitte die Taste Deposit, dann werden Sie weitergeleitet. Ja, ich werde tatsächlich weitergeleitet in ein vorausgefülltes Formular auf einer neuen externen Seite, die wieder zu einem Kryptowallet führt. Tja, das wurde ja nur der einzigste Weg, wie man da einzahlen kann, über ein Kryptowallet. Das heißt, der erste Weg war über einen externen Link auf eine externe Webseite. Der hat ja nicht geklappt, beziehungsweise habe ich mich hier auch mehr oder weniger ein bisschen geweigert. Der zweite Weg war bei denen auf der eigenen Webseite, wo man dann bei Bestätigung auf eine andere Webseite umgeleitet wird. Also, schon krass. Man denkt, man zahlt bei denen auf der Webseite ein und man wird dann aber auf eine externe Webseite weitergeleitet. Tja. So eine Taste habe ich nicht. Herr Steiner, ganz unten, schauen Sie bitte. Also mit D finde ich hier nichts. Haben Sie Ihre E-Mail-Adresse eingegeben? Ja, die ist drin. Telefonnummer? Mhm. Aha. Da unten steht noch eine grüne Taste, was Sie vorhin gesehen haben. Da steht Einzahlung. Jawohl, oder Einzahlung. Da soll ich draufdrücken? Richtig. Ah ja, jetzt habe ich wieder eine ganz andere Webseite. Genau. Da brauchen Sie jetzt bitte die Daten korrekt eingeben. Nur eine als Cardname brauchen Sie Ihre Vorname und Nachname schreiben. Ganz genau, wie es auf Ihrer Mastercard steht. Also als Cardname schreiben Sie nicht Master. Das ist gemeint Cardholder-Name. Achso, warum ist das jetzt hier wieder nicht auf Deutsch? Also das ist jetzt von Master. Also, Tja, Steiner, das ist jetzt die Anbieter. Irgendwie heißt die Webseite sans.p.ab. Richtig, aber das ist die Zahlungsanbieter und das ist von Mastercard. Ist nicht von Mastercard. Wie viel ihr habt ist von Mastercard? Genau, da brauchen Sie lange Nummer eingeben, Gültigkeitsdauer, CVV-Nummer, Ihre Vorname und Nachname. Mehr als nichts. Nur Cardname oder Cardname oder Cardholder-Name ganz genau muss Ihre Vorname und Nachname stehen, wie es auf Ihrer Mastercard steht, weil die Anfrage senden Sie zuerst an Ihre Mastercard. Direkt können Sie nicht einzahlen. Die Anfrage wird an Ihre Bank gesendet und Ihre Bank muss Ihnen mitzahlen, wie Sie die Transaktion noch bestätigen sollen. Vielleicht Sie bekommen zu Deutschland eine sechsstellige Can-Nummer per SMS oder vielleicht Sie besitzen eine Applikation. Und das weiß ich nicht, auch für den Fall, die Meldung muss von Ihrer Bank kommen. Wenn Sie es alles ausgeführt haben und Confirm drücken, lesen Sie mir die Meldung. So, jetzt steht Can-Q und dann Status Error und da steht dann Order ID 6153 4A FA 0D 4D 00 BCA 4E DAA 5A. Aha, okay. Herr Steiner, ist Ihre Karte, also bei mir, also Ihre Status, also steht dort, dass Sie etwas noch draufklicken brauchen, weil bei mir im System muss Ihr Status kommen. Bei mir, Ihr Status zeigt Pending. Also Pending bedeutet Waiting, dass die Transaktion noch nicht bestätigt ist. Also ich habe kein Resultat von Ihnen. Bei mir ist hier gleich so eine Meldung gekommen mit Status Error. Error. Okay, haben Sie die Karte für die 3D Security registriert, Herr Steiner? Für was für ein Ding? Okay. Eine 3D Security Registration, das ist zur Visa, Mazda, Amex, also für die Kreditschaften. Wenn man einmalige Transaktionen macht, die Transaktion muss einmalig bestätigt werden, weil das ist kein Abo-Fertrag, Herr Steiner. Das ist eine einmalige Transaktion, deswegen können Sie auch nicht direkt einzahlen. Die Anfrage muss zuerst an Ihre Bank gesendet werden und Sie brauchen die Transaktion einmalig bestätigen. Aber wenn die Karte nicht dafür registriert ist, dass Sie immer die Transaktion mit einmaliger Darnummer oder in Online-Applikationen bestätigen, können Sie nicht bei uns einzahlen. Weil Sie brauchen auch von Ihrer Seite sicher sein, dass Sie die Transaktion einmalig bestätigen und keinen Abo-Fertrag machen. Ja, da haben wir wieder Märchenstunde. Das hat nichts mit einem Abo-Vertrag zu tun. Also, sie erklärt mir hier gerade, diese einmalige TAN ist nur dazu da, damit man hier keine Abo-Abbruch hat. Das ist Blödsinn. Diese einmalige PIN, die man da bekommt, die ist dazu da, damit niemand anderes eure Daten verwendet, weil der hat dann diesen PIN nicht. Der dann da kommen würde. Und so kommt er halt an dem finalen Zahlungsabschluss nicht weiter. Und das ist eigentlich auch eher zum großen Selbstschutz der Banken. Denn wenn eure Karte, ja, also wenn da unautorisierte Abbruchungen stattfinden, ist bisher in der Regel immer die Bank dafür aufgekommen. Ja, und so schützen die sich davor, wenn ihr letztendlich diese PIN eingeben müsst. Außerdem spart sich der Staat dadurch jede Menge Betrugsfälle. Und, ja, das ist der eigentliche Grund. Aber das hat nichts mit Abos oder dergleichen zu tun. Und das heißt, dreifelste Kuripi. Das hat was mit Abos zu tun, mit so Zeitschriften-Abos. Nein, das ist kein Abos-Vertrag, sondern das ist einmalige Transaktion. Und einmalige Einzahlung muss einmalig bestätigt werden. Normalerweise, wie bestätigen Sie zum Beispiel Online-Transaktionen? Hm, was? Normalerweise, wie bestätigen Sie Online-Transaktionen mit einer TAN-Nummer oder mit einer, haben Sie eine bestimmte Applikation von Ihrem Mastercard im Handy? Nö. Ja, sehen Sie? Und bekommen Sie auch keine TAN-Nummer, eine sechsstellige TAN-Nummer für die Transaktion? Hm, hm. Aha, okay, also dann ist das die Karte nicht für die, also 3D-Security registriert, Herr Steiner. Aber, wie gesagt, bei mir ist immer noch keine Meldung von Error oder von Rejected oder von Fail. Bei mir ist Status immer noch Pending. Was ist das? Also, anscheinend so die Transaktion nicht bestätigt ist. Hm, ja, und wo soll ich die bestätigen? Also, das sollten Sie von Ihrer Bank erhalten haben, die Meldung. Aber wenn Sie es nicht erhalten, also diese Funktion haben Sie nicht für Ihre Kreditkarte, dann können Sie es nicht bestätigen. Herr Steiner, besitzen Sie auch Online-Banking? Hm. Okay, dann machen wir das mit ganz normalen Online-Banking, vielleicht das einfacher. Hm. Okay. Dann versende ich Ihnen noch eine weitere E-Mail. Ja. Augenblick. So, dann kommen wir gleich wieder zu dem Moment, wo wir ihr den Job so richtig schön schwer machen. Beim letzten Mal haben wir es ja schon mal bei den Bankdaten geschafft. Und die nette Tante, die buchstabiert hier auch gleich zweimal in voller Länge die ganzen Bankdaten. Um dann festzustellen, dass das nachher alles komplett umsonst war. Also, haben Sie schon mal ein Flugticket eingekauft mit diesem Mastercard oder ein Eiser gebucht vielleicht? Weil das sind die internationalen Transaktionen, wofür man auch die drei Desserturite verwendet. Also, wenn Sie jetzt etwas im Supermarkt einkaufen, dafür brauchen Sie nicht diese drei Desserturite? Nee, ich mache das immer mit Bargeld. Ja, okay. Gut, dann bekommen Sie jetzt gleich eine E-Mail von mir. Wie viel haben Sie denn da schon mit Gewinn gemacht? Bitte? Wie viel Gewinn haben Sie denn da schon auf der Seite gemacht? Wie viel Gewinn ich auf der Seite gemacht habe? Mhm. Also, persönlich, ich interessiere mich Ethereum, Herr Steiner. Ja, und wie viel Geld haben Sie damit gemacht? Also, möchten Sie es genau wissen? Mhm. Okay, also, warum möchten Sie es genau wissen? Ja, ist ja mal interessant zu wissen, wie viel Sie da so verdienen. Es kam drauf, mit welchen Investitionen Sie das machen. Und Gewinn ist auch davon abhängig, wie viel Sie auf Ihrem Konto haben. Es ist immer unterschiedlich. Ja, und wie viel haben Sie eingezahlt? Nein, ich habe Ethereum gekauft. Na, und für wie viel Geld? Schon seit lange her, nicht jetzt. Und laut die Experten wird der Preis von Ethereum bis um 30.000 Dollar steigen. Und auch in diesem Fall, in diesem Fall auch, Bitcoin wird in Zukunft zentralisiert. Also, dann kommt der Ethereum. Ja, und wie viel haben Sie da reingesteckt an Geld? Also, das spielt für Sie eine Rolle, Herr Steiner. Ich habe mit 1.000 angefangen mit Ethereum. Nicht viel. Aber das war ja vor, also lange her, nicht jetzt. Achso, und wie viel ist es jetzt mittlerweile schon? Darüber möchte ich jetzt, das ist Konfidenz, Herr Steiner. Also, wenn Sie bei uns auch schon ein Handelskonto aktivieren, also, ich denke, keiner wird Ihnen sowas fragen, weil Sie handeln bei uns Konfidenz. Und solche Informationen sind auch Konfidenz. Was heißt denn das? Also, darüber man spricht nicht. Achso. Also, ich bin jetzt selbst keine Sprachknospe. Aber das Wort Konfident, das benutzt Sie doch hier völlig falsch. Und ein Beispiel. Wenn ich jemanden nicht auffliegen lassen möchte, also jemanden befreundeten, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich würde den Konfidenten nicht auffliegen lassen. Das heißt, sowas, ja, schon geheim halten, aber Konfident ist für mich eher eine Art vertrauter Freund, sowas in der Richtung. Aber nicht in dem Zusammenhang, wie sie das jetzt hier benutzt, das Wort. Weil sie, ja, klar, vertrauter im weitesten Sinne. Ja, aber ich glaube, die benutzt das Wort ja einfach nur falsch, weil sie das irgendwo aufgegriffen hat. Weil Konfident ist für mich eher, ja, weiß ich nicht. Ist ein bisschen hochgegriffen hier an der Stelle. Das Wort nutzt man eigentlich auch umgangssprachlich schon eine ganze Weile nicht mehr. Das kommt so aus den 80er Jahren. Ja, aber, mhm, wäre ja mal schön so ein Richtwert. Wie viel Geld man da rausholt? Also, durchschnittlich, sage ich Ihnen, durchschnittlich täglich 12%. Am Tag 12%? Richtig. Ach so, das ist ja schon eine Menge. Mhm. Schauen Sie bitte, ich habe Sie die E-Mail versandert. Nee, ist noch nichts angekommen. Bankdaten steht da als Betreff. Oder, offenen Sie bitte Ihre Online-Banking? Mhm, ja, mache ich mal eben auf. So, ja, jetzt bin ich hier bei dem Online-Banking, ja. Und sagen Sie mir bitte zuerst, was ist, also, wenn Sie die Möglichkeit haben, Standardüberweisung auszuwählen. Ja. Wählen Sie bitte Standard. Ja, hier ist ganz normal nur Überweisung. Mhm. Und sagen Sie mir dann, was das von Ihrer Bank angefordert wird. Was brauchen Sie zuerst einzutragen? Na, hier steht einmal, äh, Name. Oder Empfänger. Richtig, begünstigt. Gut, dann wählen Sie bitte alle große Buchstaben. Ja. Und schreiben Sie F wie Siegfried. Ja. C wie Zeppelin. C wie Zeppelin. Richtig, Zorro. Ach so, ja. A wie Anton. Ja. M wie Martha. Ja. I wie Ida. Ja. K wie Konrad. Ja. Leerzeichen. Ja. F wie Friedrich. Ja. U wie Uwe. Ja. Vogel V. Ja. A wie Anton. Ja. Er wie Richard. Ja. O wie Otto. Ja. C wie Zeppelin. Ja. Leerzeichen. O wie Otto. Ja. Leerzeichen. Ja. K wie Konrad. Ja. F wie Friedrich. Ja. C wie Theodor. Ja, habe ich auch. Okay, was kommt als nächstes? Na, als nächstes steht die TI-Bahn. Gut, dann schreiben Sie bitte großes H wie Heinrich. Mhm. Großes Uwe. Uwe. Ja. 4 4 1. 4 4 1, ja. 0 4 0. Ja, jetzt, ja. Also haben wir 4 4 1. 0 4 0. Warte, jetzt bin ich durcheinander. Durcheinander. Kein Problem, fangen wir ganz anfangs. Ja, sagen Sie mal nochmal. Großes, großes H wie Heinrich. Mhm. Großes Uwe Uwe. Mhm. 4 4. Ja. 1 0. Mhm. 4 0. Ja. 2 5. Ja. 0 6. Mhm. 5 0. Mhm. 5 2. Ja. 6 9. Ja. 4 9. Ja. 5 6. Ja. 8 1. Ja. 1 0. Ja. 1 6. Mhm. Und denn? Was kommt als nächst? Äh, dann habe ich hier Verwendungszweck. Verwendungszweck. Dann schreiben Sie bitte. 2 0 2. Ja. 1 0 9. Ja. 2 8. Ja. 7 7 9. Mhm. Und was wird es noch angefordert? Jetzt will ich ja noch die BIC haben. BIC. Mhm. Dann schreiben Sie bitte alle große Buchstabe. Ja. Ja. Ovi Otto. Mhm. Kavi Konrad. Ja. Havi Heinrich. Ja. B wie Bertha. Mhm. Havi Heinrich. Ja. 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 Uvi Uwe. Ja. 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 Also überprüfen wir Uvi Otto, Kavi Konrad, Havi Heinrich, Bibi Berta, Havi Heinrich Uwe, Havi Heinrich Bibi Berta. Mhm. Was wird es noch von Ihrer Bank benötigt, was ich noch für Sie organisieren kann? Ach so, ja, betragen müssen wir ja noch, genau. Genau. Da waren ja, glaube ich, 250, ne? Genau. Ja, genau. Und jetzt muss ich hier auf überprüfen. Mhm. Ach, scheiße, jetzt habe ich aus Versehen die Seite aktualisiert. Hm, wie ärgerlich. Jetzt kann man den ganzen Krempel nochmal durchbuchstabieren. Tja, wenn sie wüsste, dass ich eigentlich gar nicht mitgeschrieben habe und habe mir gerade nebenbei eure Kommentare durchgelesen. Jetzt sind die Daten hier raus. Mhm, okay. Sagen Sie mal nochmal den Empfänger. Alles klar. Also alle großen Buchstaben? Ja. Es wie Sieg Fritz? Ja. Also Sie machen doch, haben Sie meine E-Mail nicht bekommen? Warten Sie mal, ich gucke mal nochmal ein E-Mail. Ich bin ja jetzt hier bei Bank. So, das aktualisiert. Mhm. Ne, das nur die E-Mail von vorhin mit dem Telefonat. Tja, na klar ist Ihre E-Mail angekommen, aber das müssen wir ihr ja nicht auf die Nase binden. Okay, dann diskriere ich das und auf jeden Fall, ich sende das. Das noch einmal schriftlich. Ja. Gut, also dann fangen wir ganz neu, ja? Genau, dann mache ich jetzt hier nochmal Warte, dann lösche ich das nochmal weg. So. Und ja genau, jetzt den Empfängernamen. Vor treiben Sie S wie Siegfried? Mhm. F wie Zeppelin? Mhm. A wie Anton? Mhm. M wie Martha? Mhm. I wie Ida? Ja. K wie Konrad? Ja. Leerzeichen? Ja. S wie Friedrich? Ja. Uwe Uwe Ja Sobel V Ja Abi Anton Ja Erwi Richard Ja Ovi Otto Ja Servi Zeppelin Ovi Otto Ja, hab ich Lea Zeichen K.W. Konrad Efri Friedrich Servi Theodor So Jetzt Iban Ja, genau Große K.W. Heinrich Große Uwe Uwe 4,4,1 Nicht so schnell, warten wir Okay, 4,4 Ja 1,0 Ja 4,0 Ja 2,5 Ja 0,6 Ja 5,0 Ja 5,2 Ja 6,9 Äh, ja 4,9 Hm 5,6 Hm 8,1 Hm 1,0 Hm 1,6 Ja, hab ich auch Als nächst noch Jetzt den Verwendungszweck Jawohl 2,0,2 Ja 1,0 Ja 9,2 Ja 8 Hm 7,7,9 Hm Und die Big Nummer noch, ja Swift Ja, genau Hm Also alle großen Buchstabe Wissen Sie schon Ovi Otto Hm Kavi Konrad Hm Havi Heinrich Hm Baby Bertha Hm Havi Heinrich Ja Uwe Uwe Ja Havi Heinrich Ja Baby Bertha Ja Ok, ja Hm Hm Und jetzt, äh, die 250 Euro noch Ja Woll So Und Jetzt will er hier so einen Tannen Hm Hm So Brauche ich mal eben eine Karte Okay So, ja Genau Jetzt habe ich hier das drin Und dann abwenden Hm Hm So ist raus So ist raus Okay So Können Sie, also haben Sie es bestätigt? Es ist überwiesen, ja Okay Herr Steiner, können Sie bitte jetzt davon ein Kopie machen Und, äh, zurück an meine E-Mail-Adresse weiter senden Und sende ich das noch weiter dann an finanzielle Abteilung Hm Weil Ihre Überweisung wird mit Ihrer Verwendung vergetrückt Deswegen benötige ich für das Finanzabteilung Was meinen Sie mit Kopie? Also einfach können Sie davon ein Foto machen, wenn Sie möchten, mit Handy Achso Oder ein PDF-File davon herunterladen Ähm, na, mit dem Handy kann ich ein Foto machen, ja Ja, einfach Hm Wozu brauchen Sie denn das? Wozu denn das? Ich persönlich nicht, Herr Steiner, aber Ihre Überweisung muss geprüft werden Das Verwendungszweck, was Sie geschrieben haben, das ist Ihre Referenznummer bei Elite Solutions Darum steht das als Verwendungszweck Und wir haben sehr viele Überweisungen Natürlich, das wird alles automatisch geprüft Persönlich, ich bin nicht von der Finanzabteilung Und die Abteilung prüft Ihre Überweisung Nicht nur Ihre, sondern allgemein die Überweisungen Deswegen also Ihre Vorname, Nachname wird mit Ihrer Referenznummer geprüft Dafür wird das benötigt Hm, verstehe ich nicht Die anderen brauchen ja auch immer keine Nummer Also sowas mit Überprüfung Ja, die Callcenter und Ihre Überprüfungsspielchen mit den Screenshots Tja, das wird einfach nur dazu dienen, ja, dass Sie die Bestätigung haben und nicht so lange warten müssen, bis die Transaktion dann erfolgt ist Eine Auslandsüberweisung dauert in der Regel auch immer noch mal ein bisschen länger als eine Inlandsüberweisung Und ja, wir schicken hier das Geld übrigens gerade nach Ungarn Wenn ich jetzt sowas kaufe, dann muss ich ja da nicht noch irgendein Bild schicken Genau, also wenn Sie jetzt etwas da kaufen, Sie bestätigen das gleichzeitig, Herr Steiner Wenn jetzt etwas passiert, dann sind wir doch verantwortlich dafür, ja Wenn Sie dafür einen Nachweis haben, dann sind wir dafür verantwortlich Ja, aber spielt hier überhaupt keine Rolle mit dem Foto hier Tja, das hat mir bis jetzt noch kein Betrüger irgendwie plausibel erklärt, wozu die diese Fotos brauchen Wie jetzt? Na, ja, ich habe ja jetzt die Nummer eingegeben, die Sie gesagt haben Das ist doch dann schon die Nummer, oder nicht? Doch, das kann sein, das steht nicht, das macht nichts, das ist schon abgeschickt, das haben Sie schon eingegeben Achso, ja, und dann muss ich das Foto jetzt schnell noch auf den Computer laden Mhm, haben Sie keinen Zugang zur E-Mail-Adresse im Handy? Mhm, das habe ich da nicht Jetzt habe ich das Bild auf dem Rechner Okay Ansonsten, wenn Sie Zugang zur E-Mail-Adresse im Handy haben, Sie können mich auf Lautsprecher einstellen Und einfach zurück meine E-Mail antworten Ja, nee, auf dem Handy habe ich das nicht, das muss ich am Computer machen, aber ich habe das Bild jetzt auch schon auf den Computer geladen Alles klar Und jetzt schicke ich das einfach an die E-Mail-Adresse, wo Sie vorhin... Genau, als Betriff schreiben Sie Zahlungsnachweis, bitte Mhm So, Zahlungsnachweis Und jetzt drücke ich auf Absenden Mhm Jetzt ist die E-Mail raus, ja Haben Sie schon bekommen die E-Mail? Haben Sie schon bekommen die E-Mail? Noch nicht Also, bei mir ist nichts angekommen, Herr Steiner Ich habe schon geschickt, aber Ihre Bankdaten sind ja auch noch nicht angekommen bei mir Vielleicht müssen Sie sich da mal irgendwie neu einloggen Nein, also ich halte wirklich sehr viele E-Mails und das... Vielleicht haben Sie die übersehen, wenn so viele E-Mails kommen? Nein, nein, das... Kommt alles automatisch gefiltert, also... Okay Oder vielleicht, äh... Senden Sie das mir noch einmal? Nein Achso, das Bild nochmal wenden Richtig Ja, das kann ich machen, wenn so Dann gehe ich jetzt hier nochmal auf Antworten Mhm Und... äh... Laden Sie das Foto bitte hoch? Mhm So... Was... was sollte ich in den Betriff schreiben? Habe ich schon wieder vergessen Nachweis Ach, nur... nur Nachweis Ja, aber nur... Mhm Mhm So, und jetzt noch senden Mhm So, habe ich jetzt abgeschickt Ist jetzt da? Jetzt da? Nein Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, bitte An Ihrem Tonfall kann man hier schon ganz klar erkennen, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr hat Vielleicht ahnt sie die Frage sogar schon Wir lassen die Bumme platzen Ja... Betrügst du eigentlich gerne die Leute am Telefon? Bitte? Ob du die Leute gerne am Telefon betrügst? Sie betrugen mich gerade, ich denke Nee... Du betrügst mich Du schickst mir lauter Bitcoin-Wallets und denkst, ich bin blöd und überweise da mein Geld drauf Und was ist dann das Schlimm mit deinem Bitcoin-Wallet, wenn schon Visa mit Bitcoin arbeitet? Wenn ich mein Geld auf dein Bitcoin-Wallet überweise, ist die Kohle weg? Nein, nicht mein Bitcoin-Wallet Ja, das Bitcoin-Wallet von der Firma, richtig Da ist die Kohle weg dann Genau, aber das ist dein Vorschlag von einer Visa für eine Transaktion Das ist Blödsinn Ihr seid Betrüger und Abzocker Du schickst mich auf externe Webseiten weiter, um zu bezahlen Illegaler geht's gar nicht Bitte? Lese etwas mehr im Internet, okay? Lese etwas mehr Seit schon ein paar Monaten Visa, Master, Amex, arbeite schon mit Bitcoin, ja? Ich glaube, da hast du dich wohl falsch gelesen Ja, du brauchst mir noch etwas einlesen, ja? Achso Also, hab ich mich da nicht richtig informiert Oh, das tut mir aber leid Kannst du meinen Arsch lecken Oh, das ist aber sehr seriös Ja, was soll man dazu noch groß sagen? Wie immer das Gleiche Sobald man die Betrüger entlarvt Tja, fällt denen nichts Sinnvolles mehr ein Und die verlieren ihre Fassade Und, ja, belegen eigentlich mit den Schimpfwörtern Und so wie sie sich verhalten Genau das, was man eben vermutet Dass es Betrüger sind Ich meine, wer würde sonst so mit euch reden am Telefon Und dann einfach auflegen Was auf jeden Fall stimmt Ist, dass 2021 Beim Zahlungsdienstleister Visa jetzt zum Beispiel Mehr als eine Milliarde US-Dollar In Form von Bitcoin oder Ethereum ausgegeben wurde Also auf Kryptowallets aufgeladen Stimmt schon Ich denke mal, auch ein großer Teil davon Wird durch diese Betrugsmaschen sein Allerdings, was nicht wahr ist Dass Visa und Mastercard Selbst mit Kryptowährungen arbeiten Mag sein, dass die da irgendwo Ja, mit verstrickt sind Ich meine, das sind auch alles Finanzdienstleister Aber es gibt keine Abmachung Dass man da irgendwie was mit Bitcoin machen muss Also das ist absoluter Blödsinn Die verarschen euch nach Strich und Faden Und eure Kohle ist weg Passt auf jeden Fall auf euch auf Dass ihr nicht abgezockt werdet Informiert alle, die ihr kennt Teilt gerne das Video auf den sozialen Medien Oder eben auch wo auch immer Ich bedanke mich fürs Reinschauen Klickt gerne noch auf ein anderes Video Oder auf die Playlist Wer möchte, kann auch gerne meinen Kanal abonnieren Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao